Hallo zusammen, mich ist wieder Heutschla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Transmog-Guide präsentieren. Und zwar geht es wieder um ein schickes Transmog-Item, das wir hier in Maldraxxus bekommen können. Und zwar eine Rückenteilstandarte der Schwarzhundkriegsmeute, heißt das. Das rüsten wir auch mal aus. Und zwar das schicke Ding hier. Und wo ihr das herbekommt, will ich euch jetzt mal zeigen. Das Ding kann nämlich droppen in der Kiste. Die schimpft sich Schwarzhund-Truhe. Und da kann es zu einer Chance von 1% drin sein. Ihr seht gerade, hier ist auch noch ein Toy drin, das mir noch fehlt. Und dort bin ich gerade auch zufällig mit dem Twink vorbeigekommen. Und das Tor ist gerade offen. Wenn das Tor nicht offen ist, könnt ihr da nicht reinlaufen und nicht die Truhe rausholen. Und wie ihr das macht, will ich euch gleich mal zeigen. Also wir gehen jetzt mal rein, öffnen halt hier mit dem Twink das Ding mal. Und hier haben wir jetzt nichts rausgedrückt. Wie gesagt, das Ding hat etwa eine 2%ige Drop-Chance, also nicht sonderlich hoch. Und normalerweise ist hier das Tor zu. Jetzt war hier das zufällig gerade offen. Man kann das nämlich nur als Necrolord öffnen, wenn man denn eine Monstrositäten-Flickerei gebaut hat und diese auf Stufe 2 hat. Dann kann man nämlich einen Mob beschwören, der das Tor hier aufmacht. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken, wie das genau funktioniert. Und zwar, wir sind jetzt hier mit meinem Druid, switchen wir mit meinem Rückenteil wieder, sind wir jetzt einmal hier oben bei den Koordinaten 54, 68 und dort haben wir die Monstrositäten-Flickerei, die wie gesagt nur Necrolords haben. Und dort können wir, wenn wir auf Stufe 2 die abgegradet haben, hier diese Wickel herstellen. Anima-gebundene Wickel heißen die. Die kosten hier Schleierstoff, insgesamt 10 Stück. Wir brauchen 200 Schleierstoff, dann können wir nämlich genug herstellen, um das hier bei ihm abgeben zu können. Und zwar habe ich jetzt, wie viel haben wir denn hergestellt? 90, wir brauchen 100. Also 2 müssen wir noch herstellen. Und die können wir dann nämlich bei dem Licht da hinten abgeben. Und wenn wir die abgeben, dann können wir ein Event starten. Und zwar, ihr seht schon, der Mob hier, der wird dann durch freigesetzt, beziehungsweise halt hochgehalten. Und den müssen wir dann durch die Zone begleiten. Und wenn wir das tun, tut am Ende das Tor auflasern. Das machen wir jetzt mal. Wir geben jetzt mal hier diese Wickel ab. Zack, zack, zack. Und die alle hier draufhauen. Und sobald wir das gemacht haben, ich denke mal, das wird jetzt hier den Rahmen des Videos ein bisschen sprengen, dann kommt er raus. Und wo läuft der lang? Ich will euch mal kurz die Route auf der Map zeigen. Der fängt hier an rumzulaufen, läuft hier hinten rum, hier rum und dann hier zu der Kiste auf die Koordinaten 53, 69. Dann schießt ihr hier das Tor auf und dann könnt ihr rein in die Kiste looten. Die Kiste kann jeder looten, also vom Covenant egal. Ihr müsst halt bloß am besten mit dieses Viech beschützen oder halt Glück haben, dass jemand das gerade vorher aufgemacht hat. Das Tor bleibt dann ein paar Minuten offen. Also ich glaube 5, 10 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh rum. Vielleicht auch länger, ich weiß es jetzt nicht genau. Und dann könnt ihr reingehen. Also ihr könnt einfach mal so vorbeischauen, wenn ihr nicht in dem Covenant seid. Oder ihr schaut mal, ob hier jemand den beschworen hat und könnt dann gucken. Wie gesagt, es gibt auch noch ein Toy drin. Und ich habe gesehen, es gibt etliche Transmog-Items, die man rausziehen kann. Ich habe mit meinem Twink irgendein krasses Schwert rausgezogen, das er leider nicht tragen kann. Also da scheint mehr drin zu sein. Eventuell lohnt es sich da ab und an mal auch mit dem einen oder anderen Twink vorbeizuschauen. Ja, das war es jetzt soweit mit dem Transmog-Guide. Wenn ihr euch dafür interessiert, für die anderen Transmog-Rücken, die ich schon vorgestellt habe, ich habe mittlerweile eine kleine Playlist gemacht, wo dann auch die Videos drin sind, wie ihr an die einzelnen Items rankommen könnt. Gut, das war es eigentlich soweit an der Stelle. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.